Emotionales Wiedersehen, Sarafina Wollny endlich mit Geschwistern vereint Die Spannung steigt. Sarafina Wollny kann es kaum erwarten, ihre Lieben in Deutschland wiederzusehen. Nach Monaten des Glücks in der Türkei wird die Familie endlich wieder vereint. Gemeinsam mit ihrer Mutter Silvia haben Sarafina und Peter Wollny in der Türkei Fuß gefasst und dort sogar ihren eigenen Laden eröffnet. Als Sahnehöpchen wurde im neuen Zuhause die süße Hope Angel Silvia geboren. Doch was bedeutet das für ihre Zukunft? Die Fans auf Instagram sind neugierig, bleibt die strahlende Familie für immer in der Türkei oder zieht es sie zurück nach Deutschland? Diese Frage brennt allen auf den Nägeln. Besonders, weil Sarafinas Geschwister Silvana, Sarah Jane und Lavinia noch so weit entfernt leben. Aber haltet euch fest, die Wartezeit hat ein Ende. Schon in anderthalb Wochen packt die 28-jährige Sarafina ihre Koffer und tritt den Weg zurück in die Heimat an. Doch bevor es in den Flieger geht, steht noch eine wichtige Angelegenheit an, ein Arztbesuch, um die Heilung der Kaiserschnittwunde zu überprüfen. Sarafina ist gespannt wie ein Flitzerbogen und teilt ihre Gefühle mit ihren Followern. Wir drücken die Daumen für eine reibungslose Genesung und eine unvergessliche Reise nach Deutschland. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie sehr ihr euch auf das Wiedersehen freut und welche Abenteuer die Wollnüs in Deutschland erleben könnten. Vergesst nicht zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen.